Und wichtig ist, liebe Geschwister, dass wir diese Vorzüge lernen, dass wir sie kennen und dass wir sie weitergeben an die nächsten Generationen. Warum? Weil man will die Spuren des islamischen Daseins entfernen. Man versucht, die Geschichte eben so zu schreiben, damit die nächsten Generationen keine Beziehung mehr haben zu Bayt al-Maqdis. Al-Quds ist eine islamische Angelegenheit. Es ist keine arabische Angelegenheit, keine palästinensische Angelegenheit. Es ist eine islamische Angelegenheit. Denn diese Moschee ist noch einmal die drittbeste Moschee, die es auf dieser Welt gibt. Nach Mekka und Medina. Die zweite Moschee, die erbaut wurde. Aber von der Stellung her, vom Vorzug her, ist sie die dritte, die drittbeste Moschee. Also hat sie was mit dem Islam zu tun. Und daher ist unsere Haltung gegenüber Bayt al-Maqdis eine Angelegenheit der Aqide. Das ist nicht eine politische Angelegenheit, sondern das ist eine Angelegenheit der Aqide. Das ist unser Glaube. Das ist ein Bestandteil unseres Glaubens. Und so müssen wir es auch lernen und auch lehren und uns um dieses Thema auch kümmern. Dass wir wissen, wie geht es unseren Geschwistern dort. Denn sie sind unsere Vertreter dort. Sie beleben diese Moschee, damit sie eben nicht in Vergessenheit gerät. Und wir wissen, walillah, alhamdul minna, diese Moschee wird nicht in Vergessenheit geraten. Es reicht ja schon, dass Allah Azza wa Jalla sie verewigt hat im Koran. Aber trotzdem, was ist deine Rolle, um die Stellung dieser Moschee der Menschheit bekannt zu geben? Und wir wissen, dass sie nicht in Vergessenheit geraten, bis sie nicht in Vergessenheit geraten.